Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 391. Heute geht es zurück in die Vergangenheit von SmackDown. Wir beschäftigen uns damit, wie SmackDown überhaupt entstanden ist. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host. Bei mir ist auf der einen Seite die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella. Ja, wunderschönen guten Tag auch dir und auch natürlich an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich lerne heute ein neues Teammitglied, also für mich ein neues Teammitglied kennen. Genau, Mella, die war letzte Woche zum ersten Mal im Wochenend-Podcast dabei, da noch mit dem guten Shaggy zusammen. Und Shaggy, Mella und ich, wir kennen uns ja schon, wir haben schon zusammen gepodcastet in Breakout und in anderen Formaten. Aber jetzt ist auch der David mit dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Ich weiß immer, man merkt direkt, dass jemand neu ist, weil so richtig schön förmlich, hallo an den Hörer und so weiter und so fort. Und so, wir einfach nur so, jo, hi. Das ist richtig. Ja, aber frischer Wind und vor allem jetzt auch ein wunderbares Thema, die erste Episode von SmackDown. Und das ist ja eigentlich der Gag. Es gab ja nicht nur eine erste Episode von SmackDown, es gab ja zwei. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Wir werden über beide Abende sprechen. Wir sprechen darüber, wie das Ding überhaupt entstanden ist und ja, warum die WWF beziehungsweise WWE damals sich überlegt hat, Mensch, wir brauchen eine zweite Show neben Monday Night Raw. Das ist heute unser Thema. An der Stelle natürlich nochmal hier der Hinweis, weil es geht ja jetzt aktuell richtig los mit unserer Tipprunde. David, du bist schon angemeldet, oder? Ich bin angemeldet. Ich habe auch schon fleißig getippt. Ich habe auch gesehen, dass neue Tipps wieder reinkamen. Also immer schön reingucken, was es da gibt. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich Tabellenerster bin. Das Witzige ist ja, wir haben ja zwei Tipprunden. Wir haben einmal WWE und einmal AEW. Jetzt mit WWE WrestleMania Backlash startet die Headlock WWE Tipprunde. Und wir haben auch ein paar Preise natürlich da ausgelost. Und natürlich, David, wenn du gewinnen würdest, was eigentlich fast schon ein bisschen unfair wäre, dann dürftest du ein Watchalong dir wünschen und du darfst dir auch die Teilnehmer wünschen, wenn du das Ding gewinnen würdest. Ansonsten, und du bekommst ein T-Shirt und eine Tasse. Das ist auch was Feines, oder? Oh, das finde ich super. Das finde ich richtig gut. Tut mir leid, lieber Hörer, ich werde das Ding eh gewinnen. Ich weiß gar nicht, Mella, hast du die schon angemeldet? Nein. Ja, dann wird's aber allerhöchste Zeit. Weil heute Abend, wenn dieser Podcast erscheint, da läuft dann nämlich auch WrestleMania Backlash. Und du willst doch nicht mit einem riesen Rückstand in die Tipprunde starten, oder? Nein, das stimmt natürlich. Ich muss mal ganz kurz weg. Bin gleich wieder da. Wir wollen auch keinen Druck ausüben oder so, aber war schön mit dir. Nein, gar nicht. Ich bin aber auch echt schlecht in sowas, also in Tippspiel-Sachen. Ich kann sowas null. Also weder beim Fußball, noch beim Wrestling, noch sonst wo. Ich hab da nicht den richtigen Riecher für. Ja, ich auch nicht. Das ist immer das Problem. Aber trotzdem, also wenn ihr da mögt, schaut da gerne rein. Ist absolut kostenlos. Es gibt Preise. Wir machen eine Season, die geht dann bis nach WrestleMania 38. Und wir haben schon weit über 100 Wrestling-Fans da vereint, was ich total geil finde. Wir haben jetzt nicht groß Promotion dafür gemacht oder sonst irgendwas. Und das ist ein Riesenhaufen Leute, der da inzwischen mittippt. Und wenn ihr mögt, kommt auch bei uns auf den Discord-Server. Links findet ihr entsprechend überall bei uns. Und da auch haben wir ein eigenes kleines Forum. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet in all dem, was wir hier anstellen und dazu noch Zugriff auf unser Podcast-Archiv haben möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Weil ich hab letztens geschaut, Mella war jetzt bei ein paar Podcasts dabei. Aber David, weißt du, wie viele Premium-Podcasts wir mittlerweile da haben bei Patreon und bei Steady? Verdammte Hacke. Du hast mir das sogar letztens irgendwann gesagt und ich hab's wieder vergessen. Es sind weit über 400. Ich mein, wir sind jetzt bei 440, 44 oder sonst irgendwas. Also damit kommt er garantiert über den Sommer. Und es kommen ja auch immer neue Episoden nach. Allein dieser Woche hatten wir ja drei Podcasts zusätzlich noch obendrauf. Also das lohnt sich schon. Und natürlich gibt es auch den wunderbaren Wochenend-Podcast wieder in dieser Woche. Und den heute gerade. Und vor allem auch ohne Unterstützung werden auch diese Regelmäßigkeiten der White Lock jetzt ja machen. Wir gehen ja schnurstracks auf die 400 zu. Und an der Stelle natürlich dann nochmal einen schönen Gruß an den Markus und an den Christian. Die haben sich beide eine Jahresmitgliedschaft gesichert. Dankeschön dafür und grundsätzlich Dankeschön natürlich an alle, die uns hier zuhören und an alle, die uns unterstützen. Ohne euch wäre das, was wir hier machen, nicht möglich. So, und damit würde ich sagen, legen wir doch einfach los mit dem Hauptthema. Die Entstehung von Smackdown. Und da muss ich dir erstmal den David anhauen, weil David, wenn wir so zurückschauen, wir sind ja mitten in der Attitude-Era hier. Wir sind im Jahr 1998, 1999. Ich muss dich erstmal fragen, was sind deine Erinnerungen an die Zeit? Es war eine sehr coole Zeit als Wrestling-Fan. Es war vor allen Dingen halt die Zeit, das Money Night War, wo ja so ein bisschen Glaubenskrieg auch war zwischen WWE und WCW. Und durch diese Konkurrenz einfach eine der spannendsten Zeiten überhaupt war. Es heißt nicht, dass alles super war, aber es war halt einfach die Zeit, wo, wenn du eine Weekly angeschaltet hast, du eigentlich das Gefühl hattest, es kann alles passieren. Ja, und wir sind hier auch in der Zeit, wo die WCW ihre Vormachtstellung schon so ein bisschen verloren hat. Es gibt ja diese berüchtigten 83 Wochen, die die WCW an der Spitze gewesen ist und in Ratings geführt hat. Da sind wir jetzt eigentlich schon raus, sondern da sind wir doch eher so in einem offenen Konflikt, wo es auch hier und da mal hin und her geht zwischen den beiden Promotions. Aber eigentlich sich die WWF bzw. WWE sich hier schon so das Ruder gesichert hat. Mella, wieso sah denn WWE damals so die Notwendigkeit, dass man hier eine zweite Show auf die Beine stellen musste? Man kann ja auch sagen, hey, wir haben Nitro, äh, wir haben Nitro, wir haben Raw natürlich. Das läuft super gut. Wir stehen in den Ratings ganz weit vorne. Warum soll man da das Produkt jetzt noch verwässern? Ja, WCW hatte ja auch eine zweite TV-Show, WCW Thunder. Und die hat sich gar nicht so schlecht gemacht. Also die zog ganz solide Zahlen. Und dementsprechend, also schätze ich jetzt mal, hat sich WWE bzw. WWF damals gedacht, hm, was die können, können wir auch. Ja, man hat natürlich nach Möglichkeiten gesucht, das zu vermarkten und wollte auch weiterhin in der Primetime zu sehen sein. Und dementsprechend dachte man sich, okay, hm, machen wir auch eine zweite Show. Klingt doch gut. Können wir vermarkten? Können wir Einschaltquoten generieren? Spitze ne Idee. Vor allem ein schöner Konter. Ich find's, das ist auch ein schöner Konter. Ein bisschen hat das was von so Rache. Weil, äh, WCW, also zuerst war ja Raw da. Und dann kam WCW mit ihrem Nitro. Ähm, quasi, um auch ein bisschen Leute abzugrasen. Und dann hat man einfach das, den Spieß umgedreht mit SmackDown und Thunder. Also, wir können auch einen zweiten Band machen. Und man muss auch sagen, der Raw-Star von WWE war ja durch den Monday Night War ja so aufgebaut, dass halt vor Stars nur wimmelte. Und eigentlich war genug Potenzial da für eine zweite Show. Und es sollte ja auch nicht eine B-Show sein. Bei der WCW hat man ja gerade im späteren Verlauf von Thunder wirklich das Gefühl gehabt, da ist so das Talent, was übrig geblieben ist, tritt da auf. Und die Storys, das haben wir ja auch beispielsweise in Head to Head immer mal wieder besprochen, die Storys werden da eher sehr langsam weitergeführt. Für SmackDown hat man sich da was anderes überlegt. Sondern es sollte wirklich dann dazu genutzt werden, die Geschichten weiterzuerzählen. Und natürlich, man hat sich mit Raw zur damaligen Zeit einfach eine riesengroße Marke erschaffen. Das war eine Show, die hat damals, ich sag's mal ganz plakativ, jedes Kind angeschaut. Und jeder junge Erwachsene vor allem natürlich. Also das ist ja dann, wenn wir jetzt so Anfang 99 mal schauen, was da für Ratings generiert werden an den Montagabenden, also da fällt man ja heutzutage vom Glauben ab. Also guck mal in den März von 1999 rein, da zieht Raw mal eben eine 6,4 und Nitro eine 4,4. Und in diesen Bereichen von 10, sag ich einfach mal, wenn man beides zusammennimmt, bewegt sich das Ganze. Das ist im Vergleich zu den Zweiern, die wir heutzutage gerade mal mit Ach und Krach haben, sag ich mal, ist das unfassbar weit entfernt. Und vor allem steckt da richtig Geld drin. Ja. Weil du hast ja das Richtige gesagt. Wrestling war ja nicht nur bei den Kindern beliebt, sondern halt vor allen Dingen bei dieser kaufkräftigen Zielgruppe, den jungen Erwachsenen. Und ja, jeder wollte davon eine Scheibe von abschneiden. Entsprechend kannst du auch mehr Geld verdienen als Our Company. Genau. Und ich glaub, David, wir haben ja auch die erste Episode von Raw damals besprochen, wo es ja wirklich darum ging, man möchte hier neue Wege beschreiten, man möchte live senden und man möchte was ganz anderes machen, was Wrestling bis dato noch nicht gegeben hat. Natürlich dann auch im Jahr 93. Das ist natürlich dann auch schon eine ganze Zeit lang her im Vergleich zu jetzt 98, 99. Aber diesen absoluten Durchbruch, den wollte man mit SmackDown damals nicht haben, sondern es war eigentlich eher so eine Idee vom Marketing her, wir versuchen, eine neue Show an den Start zu bringen mit der bekannten Entertainment-Marke WWF, die wir jetzt schon haben. Und wir versuchen eigentlich, die Marktdominanz, die wir jetzt aktuell haben, die weiterzuführen, oder? Ja, man ist ja vor allen Dingen dem überraschenden Schritt gegangen, dass man anstatt, dass man sagt, ja, wir nehmen ja einen großen Kabelsender oder so, sondern man ist zu UPN gegangen, was ich vorher nicht kannte. Also ein Untersender von Viacom bzw. CBS. Und das lief halt über Antenne. Ja, und das war eben nicht so ein großer Sender, nicht dick über Kabel oder so, sondern halt einfach ein anderer Ansatz. Was aber auch nicht so verkehrt ist, weil du hast ja mit War eigentlich schon eine sehr große Schnittmenge bei den Kabelusern. Dann versuch halt so die Reichweite quasi in einen anderen Bereich reinzudrücken, wo du noch nicht vielleicht bist. Weil nicht jeder damals hatte Kabel. Und UPN hat auch gerade im späteren Verlauf auch ordentlich Budget locker gemacht. Die haben gesehen, das ist eine Show, die können wir wirklich als unsere eigene Show hier promoten, als Original Content. Und wir investieren da rein, um eben eine neue Zielgruppe zu erfassen und eine neue Zielgruppe zu erreichen. Weil UPN, du hast richtig gesagt, ist eher eine kleinere Station gewesen hier, also nicht unter den Top 5, also nicht CBS, Fox und so weiter, sondern wirklich kleinere. Dafür aber eben als Broadcast. Das ist halt dann wirklich dann über Antenne. Da sind wir noch in der Zeit, wo das damals dann noch ging. Und ja, beziehungsweise der Atelitenschüssel wahrscheinlich dann auch. Und dadurch hattest du aber zugleich auch eine sehr große Zielgruppe. Und das hat sich dann auch relativ schnell in den Ratings geäußert, dass da die Möglichkeiten da gewesen sind. Aber mehr da zugleich gab es dann auch technische Einschränkungen, die man da machen musste. Zum Beispiel war es UPN nicht möglich, Live-Sendungen auszustrahlen, weil das eben damals nicht technisch machbar gewesen ist. Ja, das klingt jetzt erst mal nach einem Nachteil. Aber das Gute an der Sache war ja, also man konnte den Schedule von WWE ein bisschen entzerren. Also man hatte, klar, montags Live, Raw. Dann konnte man dienstags Smackdown tapen, was natürlich auch noch mal praktisch war, weil das war ja was Neues. Also sprich, wenn was schief ging, konnte man es im Notfall immer noch schneiden. Plus man konnte weiterhin großzügig touren. Also man hatte sehr viel Zeit für Hausshows einfach. Ja, das war unter Dach und Fach und gut ist. Und der Rest war dann eben Tourleben. Ja. Und auch natürlich Pay-Per-View leben. Pay-Per-View ist immer sonntags. Also sprich, zwischen Dienstags und Sonntags sind wirklich, da ist Luft zwischen. Auch für Kreativität ist da Luft zwischen. Du musst nicht ständig produzieren, sondern hast da einfach ausreichend Zeit. Und deswegen ist, bei der Erschaffung von Raw, klingt das so, weiß ich nicht, David, das klang so ehrgeizig und so idealistisch fast schon. Wir wollen was komplett anderes machen. Hier ist es so, ja, wir machen's halt einfach noch mal und wir machen's fürs Geld und wir machen's für die Reichweite. Ja, aber da hat man ja auch eine andere Basis. Also ich glaub, die Basis ist entscheidend. WWE hat es geschafft bei Raw, dadurch, dass es halt live war, die haben dann das Programm geändert, angepasst an die Zielgruppe. Da waren die halt der heiße Scheiß. Also die waren schon etabliert. Und wenn du halt etabliert bist, dann ist es halt einfacher, die Leute halt auch mit einem zweiten Produkt oder einer zweiten Serie, Folge oder sonst was abzufangen. Und man muss auch dazu sagen, das ist ja auch die Zeit, wo das Internet noch nicht so gigantisch ist. Das heißt, ein Pre-Tape ist nicht so schlimm wie heute. Ja. Weil nicht jeder ist super informiert. Und das Wichtige ist dabei allerdings, dass man halt, obwohl man gepre-taped hat, da komm ich halt später noch mal zu, aber jetzt schon mal vorweg, hat man den Fokus so hingelegt, dass SmackDown sich anfühlte, als könnte alles grad passieren. Als wüsstest du nicht, was jetzt als Nächstes kommt. Ja. Man hat das ja auch super in das Produkt eingebettet. Aber bevor wir soweit sind, ist ja eigentlich das Spannende, ich sag hier immer so, ja, die erste Episode von SmackDown, es gab nicht nur eine erste Episode von SmackDown, sondern de facto gab es eigentlich zwei erste Episoden. Es gab einmal einen Piloten, der wurde am 29. April 1999 ausgestrahlt. Das war eher so ein Testlauf, sag ich einfach mal. Und dann gab es wiederum eine Episode, die dann das offizielle Debüt gewesen ist. Und das war dann im August 1999. Und ja, die Pilotfolge wurde am 27. April 1999 getapet und eben dann zwei Tage, beziehungsweise drei Tage später ausgestrahlt. Auch da, es war auf einen Donnerstag, also Thursday Night SmackDown und damit eben auch in Konkurrenzkampf mit Thunder. Mir war das gar nicht so absolut bewusst. Ich hab zwar gewusst, dass es da zwei Shows gibt, aber ich wusste nicht, dass die so weit auseinandergelegen haben. Ich mein, das sind mal locker vier Monate. Das ist auch schon ein ungewöhnlicher Ansatz. Meller, warum hat man das damals gemacht, dass man da so eine Lücke zwischengehabt hat? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so eine Art Sicherheitsnetz auch war für WWE. Weil ich mein, die wussten ja nicht, ob es ankommt, wie es ankommt. Plus, es war ja jetzt nicht als irgendein Special angelegt, sondern ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hattest. Sondern man hat ja die aktuellen Storylines da versucht, auch wirklich fortzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass man so ein bisschen geschaut hat, erst mal um zu testen und dann auch Fehler auszumerzen. Plus, man hatte halt auch mehr Zeit, das vorzubereiten. Also, nachdem man wusste, okay, es kommt an. Sodass man eine komplette, ja, ich nenn's jetzt mal Staffel planen konnte. Und ich denke, das war echt ganz smart, dass das so ausgelegt wurde. Es ist ja vor allen Dingen nicht unüblich. Also, wenn man Serien gerade in Amerika halt kennt, gibt es halt oft eine Pilots-Folge, die eigentlich, wie sie halt schon richtig sagt, ein Testballon ist. Wo du einfach mal ausprobieren kannst. Du kannst auch bei den Watings sehen, wie reagieren die Leute auf was? Bleiben die an der Stange? Funktioniert das überhaupt? Oder gucken die nur War? Oder würden die halt auch was anderes gucken, wenn wir sagen, hör mal, hier geht die Story weiter? Und dass es dann halt länger dauerte, find ich halt nicht verkehrt. Weil WWE hat dann eigentlich daraus nicht nur eine Show gemacht, sondern halt auch ein richtiges Branding mit eigenem CI, also eigenem Look, Look und Feel. Dass halt wirklich, du merkst, hey, das ist grad War und das ist SmackDown. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ein Unterschied, den werden wir gleich noch ansprechen. Also wir werden diese Pilot-Folge, da springen wir so ein bisschen durch, sag ich einfach mal. Ich wollte sagen, holpern erst, aber wir holpern natürlich nicht. Wir springen elegant wie eine Elfe da natürlich durch. So durch die wichtigsten Geschichten, die sich da tun. Und dann über die wirkliche erste Folge, die auch ja vom WWE-Turnus sozusagen als Debütfolge festgelegt wird. Da werden wir dann ein bisschen ausführlicher gleich drüber sprechen. Aber lass mal dann hier grad zu diesem Special kommen. Ich hab's gerade angesprochen. Am 29. April 1999 fand diese Episode statt, beziehungsweise da lief sie dann über den Äther, hat gute Quote gezogen, also hier eine 5,8 im Share. Also das ist schon sehr ordentlich, muss man hier an der Stelle ganz klar sagen. Und der Grund, weshalb man dann eben diese Lücke dazwischen gehabt hat, war tatsächlich, man wollte quasi so eine Art neue Season anfangen. Im Herbstprogramm, da gucken die Leute häufiger TV, sitzen häufiger vor der Glotze irgendwo. Das war ja damals wirklich noch so. Wir haben keine Streaming-Dienste zur damaligen Zeit, sondern die Leute sind wirklich alle an diesen modularen Fernseher da gebunden. Entsprechend hat man sich da gesagt, wir starten hier mit frischer Kraft durch. Und wenn wir dann Richtung aktuellen Programm schauen bei der WWF, dann krieg ich erstmal wieder ein Kloß im Hals, weil wir sind hier ja nicht allzu weit weg von WWF over the Edge. Und das ist ja vor allem deswegen bekannt, weil da Owen Hart ja auf sehr tragische Weise gestorben ist. Und wenn wir zurückschauen, sind wir nach WrestleMania 15 vor allem, das muss man hier sagen, und auch natürlich nach Backlash. Und wir sind mittendrin in der Storyline Corporate Ministry, nein, Corporate Ministry noch nicht, vor allem aber Corporation, Ministry of Darkness und Austin Rock und all das, was irgendwie damit zusammenhängt. Also dieser ganze Konflikt, der ist eben da. Und der wird dann eben hier auch aufgegriffen. Und wir haben es gerade gesagt, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass hier nur so ein bisschen was ... Es war kein wirkliches Special, wie ich finde. Also von Special erwarte ich mir irgendwie immer, dass sich das so wie ein One-Night-Only anfühlt. Man hat so was ja zuerst gedacht gehabt. Man hat zuerst auch gedacht gehabt, mach ein einstündiges Special. Es gab sogar mal Überlegungen, eine einstündige Show mit den Damen zu machen, was man dann verworfen hat, weil sich das nicht ... Es war einfach nicht genug Talent da. Entsprechend hat man sich dann hier auf zwei Stunden geeinigt. Man kann's auf dem Network sehen, das sind dann knapp anderthalb Stunden. Und ihr habt gerade angesprochen, das Set ... Mella, wie sieht denn das Set hier aus? Weil das Intro ist ja schon sehr ähnlich, wie dann auch später das Intro, was dann in der ersten Zeit bei SmackDown laufen wird. Aber das Set an sich ist noch nicht so, wie man's kennt. Nein, also es ist sehr abgespeckt, nenne ich's jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich auch das Raw-Set war, aber es hat alles noch sehr dezent, nenne ich's jetzt mal, gewirkt. Und was mir auch als erstes ins Auge gestochen ist, ist, dass es noch keine blauen Ringseile gab. Aber die gab es dann später, also bei der August 1. Folge. Es wird langsam ein bisschen verwirrend mit ersten Folgen hier. Aber im April gab es das eben noch nicht. Und wie gesagt, alles noch ein bisschen abgespeckt. Also wir haben ja auch dann später im August hier diese, ich weiß gar nicht, wie ich's beschreiben soll, diese Kreise über der Stage. Genau. Und um den Titans schon rum. Ja, es wirkt alles noch ein bisschen schlichter. Ich finde, es wirkt eben so, wie man das macht, wenn du noch nicht so das volle Vertrauen hast, David, oder? Also wenn du noch nicht die großen Budgets hast, sondern wenn du einfach sagst, hier, produziert bitte für uns eine Show. Das soll cool sein, aber wir sind noch vorsichtig, weil es ist ein Testballon. Ich würd's mal ehrlich gesagt genauso machen, egal wie viel Budget ich habe. Einfach aus dem Grund, wenn du einen Testballon hast, du weißt noch nicht, wie die Leute reagieren werden. Und deine größte Stärke, die du halt hast, ist dieser große Brand War, diese Show oder Serie, die man immer verfolgt. Dann darf die neue Serie, wenn du das wirklich als quasi Parallelserie machen willst, nicht viel anders sein am Anfang. Du musst erst mal den Stammfan oder Stammgucker leicht machen, hineinzukommen. Dass es sich nicht direkt fremd anfühlt und so weiter. Und ich finde, das hat man eigentlich bei der Pilotfolge sehr gut genutzt dahingehend, dass Wrestling stand jetzt nicht mega im Fokus, sondern eigentlich fühlte es sich an wie so eine War-Verlängerung ein bisschen. Dass man halt wirklich sagt, okay, du wirst belohnt als War-Cooker, wenn du auf SmackDown guckst, weil hier geht es weiter. Genau, also so war's ja im Endeffekt auch. Also die wichtigsten Geschichten sind hier wirklich auch weiter erzählt worden. Und das ist auch das, wo, ja, Mella, wir beide haben zuletzt noch einen Podcast über die Geschichte von Stephanie McMahon und Triple H gemacht. Und so ein bisschen fängt das ja hier eigentlich an, weil wir sind hier kurze Zeit nach dieser berüchtigten schwarzen Hochzeit zwischen Stephanie und dem Undertaker und Vince McManns Dankesrede hier zu Beginn. Und Stephanie, die absolut blutjung hier im Ring steht und lächelt, weil sie nicht mehr in der Gewalt des Undertaker ist. Ja, das war schon sehr spitz. Also generell, es ist, ich hab mir ja beide Episoden vorab natürlich angeschaut und ich muss sagen, ich bin echt noch ein bisschen durcheinander, weil einfach gefühlt so viel passiert ist. Und wie David auch schon gesagt hat, man weiß auch nicht, was passiert als nächstes. Und da waren ja auch teilweise solche abjurten Sachen dabei, wie, ja klar, Stephanie wird vom Undertaker entführt und zur schwarzen Hochzeit gezwungen. Warum auch nicht? Und ja, also das waren schon sehr absurde Zeiten. Und ich find's immer noch sehr, sehr schade, dass ich damals nicht die Attitude-Ära so mitbekommen habe. Ich nenn's jetzt mal live, sondern nur rückblickend. Weil, also, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, was da alles passiert ist. Aber ja, es greift sehr schön in den Stephanie-Triple-H-Test-Podcast über. Ja. David, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte nur sagen, vor allen Dingen hat man halt eben nicht, wie bei Sunder beispielsweise, so B-Show, sondern nee, der erste Testballon war halt, dass halt direkt die dicken Storylines, die Main-Events sind, die halt wirklich mit den großen Namen verbunden werden. Es kommt halt Corporate Ministry zusammen, Undertaker, Triple H, McMahon's, The Walk, Austin, Stephanie, alles. Das sind ja die richtig, richtig großen Namen, mit denen du halt nicht nur halt um dich wirfst, sondern halt wirklich sagst, hier passiert was, hier geht was weiter, hier entsteht auch noch was. Und das find ich schon, gibt so den Wink direkt, was SmackDown ist, dass du halt gar nicht erst auf die Idee kommst, wegen A, alles klar, B-Brand, oder ja, wird's einfach nur ein paar Matches geben von irgendwelchen Leuten, die mich nicht interessieren. Nee, das ist eine gleichwertige Sendung. Ja, das ist eben ganz wichtig. Und man setzt hier die Geschichte wirklich fort. Damals ja wirklich dann noch Shane McMahon als der Anführer der Corporation, der sich hier die Rechte gesichert hat. Dann eben Vince McMahon in der Fede mit der Ministry of Darkness, mit dieser Entführungsgeschichte, die wir hier haben. Und dann natürlich der Zusatz auch noch mit The Rock und Stone Cold Steve Austin, die hier von Shane McMahon rausgefordert werden. Also, das ist wirklich was, das war schon ordentlich. Und Triple H natürlich auch mit dabei, der hier wirklich auf dem absoluten Sprung in dem Main-Event gewesen ist. Und wir haben gerade auch angesprochen, dass es hier eine Menge Mist auch gegeben hat und merkwürdige Sachen. Also, mein erster What-the-Fuck-Moment hier bei der Sendung war, als Stephanie McMahon sagte, ja, und der Undertaker hat mich überall angefasst. Und das Publikum hat gejubelt. Das war so cringy. Oh, das war so furchtbar. Ich hab mich so geschämt. Ich hab mich so geschämt, Wrestling-Fan zu sein in diesem Moment. Das sei vielleicht doch, wo das Attitude-Zeit nicht mitbekommen hat. Ja, ich glaube auch. Ich hätte das gerade schon wieder verdrängt. Aber ja, natürlich. Oh Gott, diese Publikumsreaktion. Ja, natürlich war jetzt hier auch nicht alles megageil, was wir jetzt hier bei der Pilot-Episode gesehen haben. Wir haben es gesagt, die großen Namen sind vorne weggegangen. Undertaker, Austin, Rock, Triple H, die McMahons natürlich. Und dann eben hier diese Haupt-Storyline. Da waren aber noch viele andere kleinere Geschichten mit dabei. Also, unter anderem haben wir hier noch mal den Blue Blazer gesehen. Owen Hart, der hier diesen clumsy Superhero irgendwie gespielt hat. Wir haben auch die ersten, ich sag's mal, Funken der Union gesehen. Also, dieses ominösen Stables, was im Endeffekt nur einmal ganz kurz Bestand gehalten hat. Nämlich im Hinblick auf Over the Edge, was hinterher aufgebrochen worden ist im Nachgang. Um Big Show und Test und Mankind und so weiter. Ganz obskures Stable auch. Aber vor allem haben wir hier auch den Zusammenschluss der Corporate Ministry gehabt. Und David, das war ja damals schon eine große Geschichte. Da mussten dann auch The Rock und Stone Co. Steve Austin ganz schön schauen, als der gute Shane McMahon ihn hier eröffnet hat, dass er nicht nur die Corporation an seiner Seite hat, sondern dass er auch noch die Ministry of Darkness auf seine Seite gezogen hat. Ja, natürlich. Allein schon, auf der einen Seite Austin und Walken, dann hast du halt Triple H, McMahon und so weiter. Alles schön und gut, aber wenn da halt ein Undertaker dazukommt, der selber halt die Ministry hat, oh, das ist dann auf einmal, würde ich sagen, so ein Vorteil für die Bösen sogar. Das ist direkt eine Gefahr. Und vor allen Dingen ist es halt, ja, ein Zusammenschluss der bedrohlichen Fraktionen. Und das macht das Ganze dann halt umso herausfordernder für die beiden Babyfaces. Also, das war schon eine sehr, sehr große Nummer. Und vor allen Dingen hast du es nicht erwartet, weil ein Undertaker eben jemand ist, der lässt sich halt nichts sagen. Genau. Also, ich weiß auch noch, wie ich das damals geschaut habe und ich habe mir auch da gestanden. Krass. Was ist denn das für eine Armee, die da auf der Bühne steht und dann auch die ernsten Gesichter von Baroque und Stone Co. Steve Austin? Das war schon cool, auch wenn natürlich die Ministry of Darkness und die Corporate Ministry, ja, also ... Es geht wirklich darum, wie du es richtig sagst, du guckst auf die Rampen und siehst einfach nur so, oh, die großen Gesichter, wer dahinter ist, ist eigentlich egal, aber es sind viele. Ja, es gab dann noch andere, kleinere Geschichten. Also, ja, Streit zwischen den New Old Outlaws zum Beispiel, Ken Shamrock irgendwie in Konflikt, auch mit der Corporation, das geht alles in diese Union-Geschichte über. Also, da war durchaus einiges dabei und vor allem, wie David schon richtig gesagt hat, also, man hat hier wirklich das so dargestellt, als wenn es eben eine Fortführung von Raw gewesen wäre. Absolut gleichwertig und auch wichtig, dass du es siehst. Ich glaub, David, das ist auch noch so ein Aspekt, den man hier noch aufführen muss. Das war eine Episode, die darfst du nicht skippen, weil dann hast du verpasst, wie die Ministry sich mit der Corporation zusammentut und wie andere Geschichten hier fortgesetzt werden, wie sich neue Gruppierungen gründen. Das war schon wichtig, oder? Ja, natürlich, weil du musst ja erzeugen, dass der Zuschauer denkt, wenn ich nicht einschalte, gerade damals war es halt so, da war nicht mit Netflix, ja, ich schau's mir später an, sondern wenn ich nicht einschalte, könnte ich was echt Großes verpassen, weil wenn so ein Zusammenschluss da passiert bei der ersten Folge, was passiert dann erst in der zweiten Folge und beziehungsweise in der richtigen Season, Episode 1, kann ich jetzt schon mal da hinspringen? Noch nicht. Ich will das Ding hier ganz kurz noch zu Ende bringen, weil man hat ja dann trotzdem so ein bisschen Feel-Good-Moment, um das wieder aufzugreifen, David, geschaffen am Ende. Es gab ja dann durchaus zum einen Feel-Good-Moment nicht unbedingt für Vince McMahon, der hat hier nämlich wieder einen fiesen Chair-Shot abbekommen, das ist so was, was ich aus der Attitude-Era nicht wirklich brauche, aber am Ende gab's dann auch eben den Stunner von Stone Cold Steve Austin gegen Shane McMahon und am Ende gibt's dann eben den Bier-Bash und Austin weckt Vince McMahon dann eben damit auf, dass er Bier über ihn drüber kippt und auch das wolltest du damals einfach sehen und damit geht dann hier eben dieses erste Special, dieser Pilot-Folge geht hier auf Air und das ist für mich schon, für mich war das eine runde Show, also ich kann's euch nicht anders sagen, ich hab mir das angeschaut und ich hab mich von vorne bis hinten gut unterhalten gefühlt. Mella, wie war das bei dir? Ja, also ich hab direkt nach der Pilot-Episode gesagt, so, ich werd jetzt SmackDown weitergucken von dem Punkt an, also ich bin drin. Nein, generell, ich war positiv überrascht, muss ich sagen, wobei auch ich sagen muss, die Menge an unprotected Chair-Shots zum Kopf, meine Güte, das, ja. Aber das ging ja dann noch. Also in der richtigen ersten SmackDown-Folge, da ging's dann richtig los. Ja gut, das stimmt natürlich. Ich bring das auch grad im Kopf so ein bisschen durcheinander, muss ich gestehen. Einfach, weil so eine Menge passiert ist in diesen zwei kurzen Folgen. Ich mein, das ist ja tatsächlich relativ kurz, wie du schon sagtest, ne? Auf dem Network sind das so ungefähr anderthalb Stunden pro Folge. Wenn ich dann sehe, was heutzutage in drei Stunden Raw passiert, ja nun, ne? Das ist absolut korrekt. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn man sich so diese beiden Shows anschaut, gerade mit Over the Edge dazwischen, ich tu mich da wirklich schwer, also mit das Own Heart nochmal zu sehen, das ist vier Wochen knapp weg, diese Pilot-Folge von Over the Edge. Und das ist schon echt bitter. Was ich übrigens auch noch mitnehme, ist einer der schönsten Nutshots, die ich seit langem gesehen habe. Nämlich, da gibt's ja den Fisherman's Suplex hier in dieser Pilot-Folge von Val Venus gegen den Blue Blazer. Und anstatt, dass Jeff Jarrett auch nur so ein bisschen versucht irgendwie die Beine wegzufegen, irgendwie in der Brücke, er tritt ihm in der Brücke einfach mitten in die Nüsse. Da muss ich sehr lachen. Das gefällt dir, ne? Ich fand das wirklich lustig, weil ich hab mir das immer auch immer gedacht, mein Gott, tritt ihm doch in die Eier oder sonst irgendwas. Wenn die Tore offen stehen, nutzt es aus. Ach, Olaf, ein Wrestler ohne Ehre. Vollkommen korrekt. Aber lasst uns dann doch mal hier zu dem regulären Alltag dann wirklich rüberkommen. Also zu der Debüt-Folge. Und so wird's ja dann auch wirklich bezeichnet. Es ist das Debüt. Und es ist auch, wenn man sich jetzt zuletzt SmackDown zum Beispiel angeschaut hat, diese Veranstaltung wird ja dann auch immer wieder als Startschuss quasi hier genommen. Und ich hab's schon richtig angesprochen, das Set hat sich verändert. Wir haben ja diese Ringe, die da verwendet werden, sowohl bei dem Entrance als auch dann eben bei dem Titan-Tron. Der heißt übrigens Overtron. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Weißt du auch, warum? Weißt du, warum die es gemacht haben? Weil er oval ist. Ja, aber der Grund dahinter ist halt aus designtechnischer Sicht das Glückste, was du machen kannst. Sie haben, also erst mal, du hast halt Rot und Blau als Brand. Das kannst du unterscheiden. Das ist das Gegenteil quasi voneinander gefühlt. Dann hast du aber die War Stage, die eben aus Rectangles besteht, also aus Quadraten, Rechtecken, alles kantig. Und dann hast du halt die SmackDown Stage. Da kommen erst mal diese Ovale am Entrance-Bereich. Seitlich an der Stage sind wir auch Ovale. Und halt überall Blau. Das ist das Beste, was du machen konntest, indem du halt wirklich diesen größten Kontrast, der möglich ist, suchst und dann halt visuell darstellst. Ja. David, der alte Grafiker erkennt sowas. Ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass man hier wirklich so einen Kontrast aufgebaut hat. Also abgesehen von Rot und Blau, den Kontrast hab ich auch als blinder Mensch gesehen. Aber dass hier wirklich diese Eckigkeit und diese runden Geschichten, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist vor allem aber aufgefallen, ich fand diesen Entrance-Bereich, der sah irgendwie billig aus mit den Vorhängen dahinter. Oder ging das mit mir so? Ja, aber ich sag mal so, ist wie bei einer Serie. Erste Staffel, da ist man noch im Tune. Guck dir mal die erste Staffel Akte X an und dann vergleichen wir mit der zweiten. Das stimmt. Also das war schon. Aber was man sagen muss, jetzt mal von der Stage abgesehen, man hat ja auch direkt die Bombe gezündet. Also anstatt, dass du halt bei der ersten Episode ja ein bisschen ruhiger angehen lässt oder irgendwie Begrüßung oder so, nee, da haust man einfach die dicken Namen raus. Da kommt ein Triple H raus, da kommt ein Suwock raus und ein HBK. Genau. Das ist mal eine Kampfansage. Ja. Wir müssen auch jetzt hier natürlich erstmal so ein bisschen die Einordnung machen, weil natürlich zwischen Ende April und dann eben jetzt im August ist natürlich dann auch einiges passiert, weil wir sind hier in der Woche nach dem Summerslam. Es ist ja der 26. August und das ist wirklich eine Woche nach dem Summerslam 99 und da haben wir bekanntermaßen gesehen, wie sich Mankind von Stone Cold Steve Austin den Champion-Titel geholt hat, nur um ihn dann einen Tag später bei Raw an Triple H zu verlieren und Triple H ist dann hier eben als neuer Champion aufgetreten und das war quasi seine, ja, wie nennt man das denn? Seine Erstansprache quasi, die er dann hier an das Volk gerichtet hat und natürlich The Rock war damit alles andere als zufrieden. Es gab einen Konflikt zwischen den beiden und wir haben auch natürlich Shawn Michaels gehabt, der da eben rausgekommen ist und sich da, der war ja damals der Commissioner und er wurde dann ja hier Special Referee und das muss ich auch sagen, also Triple H gegen The Rock plus Special Referee Shawn Michaels, also Mella mehr, Pay-Per-View geht eigentlich gar nicht, oder? Also das wäre ein Match, das kannst du ja problemlos beim Summerslam oder bei WrestleMania sogar bringen. Ja, es ist total absurd, was da an Star-Power am Start ist. Also das hat mich auch, ja, ich möchte fast schon sagen, irritiert. Also ich hätte, wenn ich das gehört hätte, auch sofort eingeschaltet, keine Frage. Und wie gesagt, gerade wenn ich das mit heute vergleiche, was passiert, wie viel passiert und was da für Superstars am Start sind. Also du hast ja wirklich die Crème de la Crème der Promotion im Main Event deiner ersten Folge der Staffel einer neuen Sendung. Ich meine, klar, das ist total smart, weil man möchte ja die Leute zum Zuschauen bewegen. Aber dass man so, Entschuldigung, auf die Kacke haut, ja, das erwartet man halt trotzdem nicht. Und dann gab es ja noch, also natürlich war HBK ja nicht ganz neutral gesinnt, und ja, Triple H behält seinen Titel und die Story kann weitergehen. Also es ist, wie wir es schon öfter angesprochen haben, die Storys werden halt auch wirklich weitergeschrieben. Es ist, es passieren Dinge, die wichtig sind und wenn man sie nicht sieht, dann verpasst man eben was. Und genau das möchte man ja, weil man möchte ja, dass die Leute einschalten und dranbleiben vor allen Dingen. Man hat sich hier für diese erste Episode am 26. August 1999, hat man sich auch vorgenommen, um bestimmte Dinge sich aufzusparen. Zum Beispiel Chris Jericho, also das Debüt von ihm ist schon da, schon ein bisschen her. Aber man hat gesagt, nein, wir möchten hier wirklich auch mit einem Bank starten. Das hier soll sein Debüt sein. Und wir wollen uns auch diese großen Momente auch für SmackDown aufheben, weil das soll wirklich auch so gemacht sein, dass da die Zuschauer einschalten müssen. Und so hat es sich eben auch angefühlt zu dem Zeitpunkt. Man hat ja dann gleich zu Beginn mehrere Matches festgestellt. Zum einen den Main Event, den wir jetzt schon angesprochen haben, zum anderen aber auch noch Mankind gegen Shane McMahon, auch wenn das ja eher so, ja, ein kleineres Match fast schon nicht auf der Kart gewesen ist. Aber das war dann auch schon solide. Aber erst mal geht es natürlich dann jetzt mit dem weiter, was wir auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Es gab viele rote Fäden, die sich so durch die gesamte Show hier gezogen haben. Also in der Anfangsphase, wir haben da beispielsweise ein Match zwischen Jeff Jarrett und Billy Gunn. Klingt erst mal nicht so spannend, aber auch da ist die Rede ja auch wirklich da gewesen. Da gab es einen Aufbau im Vorfeld, auch mit China, die da noch involviert gewesen ist, um die IC Championship. Wir wissen, das geht dann quasi nahtlos über in unseren Jeff Jarrett Podcast irgendwo. Billy Gunn, der auch hier aus dem aus diesem Verspielten etwas rausgekommen ist, war zwar noch als Mr. Ass unterwegs, aber trotzdem schon etwas als Singleswrestler hier eben angekommen und natürlich dann eben auch die Geschichte mit Deborah, die wir hier gehabt haben, weil Jeff Jarrett ja da auch schon auf dem Weg ist zu diesem misogynen Heal, den wir hier gehabt haben. Also auch das sehr, sehr merkwürdig. Aber wir haben auch ein bisschen Trash hier. Moment, wenn du schon China erwähnst, dann ist das halt für mich der erste Moment, der halt zeigt, wie die Sendung ist, weil es gibt immer wieder Situationen, wie du schon sagst, die sich wie ein roter Faden durchziehen und zwar sehr unterschiedliche Situationen oder Storyline und China zum Beispiel kam mir immer wieder vor. Das ist ja nicht nur einmal passiert, sondern nee, sie und Triple H sind immer wieder präsent, greifen ein, sind situativ dabei, es wird in Erinnerung gerufen, die Story mit Deborah ist auch dabei, dann hast du halt genauso wie diese Anspannung oder die Spannung, die aufgebaut wird, dass du halt siehst, Test wartet auf Stephanie, sie kommt gleich, wird sie ja oder nein sagen, wird sie ihn heiraten oder nicht, was sagt die denn? Und so hast du eigentlich, ich nehme jetzt nur die beiden Beispiele, aber es gibt ja noch andere, selbst bei Big Bossman und Al Snow, selbst das, immer wieder Momente, die du halt anfängst und dann im Sendungsverlauf immer wieder kurz Bezug drauf nimmst. und diese Kleinigkeiten finde ich oder fand ich beim Angucken im Vergleich zu heute so angenehm, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, es ist eben nicht so geskriptet, dass alles professionell ist, ihr kommt raus, habt das kurze Segment und danach seid ihr eigentlich weg, sondern nee, die sind trotzdem da, weil während die Sendung läuft, passiert ja was und du hast halt unterschiedliche Sachen, du hast halt, okay, diese dicken, großen Namen, die dann eingreifen, wo du denkst, ah, oh, Konflikte hier, die Ex-Bezug, sonst was, dann hast du aber dann da wiederum, oh, dieses kitschige, romantische, dann hast du halt Al Snow, der seinen Hund sucht oder auch, ich fand das total gut, weil du hast halt verschiedene Sachen, dann kommt halt Chris Jericho, der nicht nur sein In-Ring-Debüt hat, sondern immer wieder Momente mit Hautfinkel, die halt Comedy sind und eigentlich im Sendungsverlauf ist es so aufgebaut, dass du für jeden Zuschauer, egal was er bevorzugt am Wrestling, irgendeine Storyline hast, die sich komplett durchzieht und zwar nicht nur einen kurzen Moment, sondern durch die ganze Zeit. Ja, so ist es, also, erstes Match, Jeff Jarrett gegen Billy Gunn endet in einem Roll-Up-Sieg für Billy Gunn hier, nachdem Jeff Jarrett durch, ja, draußen Getöse abgelenkt ist, da soll die Gitarre gereicht werden von Miss Kitty an Jarrett, dann greift aber China ein, es gibt den ganz verbotschten Blow mit der Gitarre, man weiß nicht genau, wer da getroffen werden sollte, Miss Kitty oder Deborah, ich glaube, Deborah hat es dann im Endeffekt erwischt, aber Jarrett war so verwirrt, dass er da nicht mehr reagieren konnte, wurde eingerollt, Billy Gunn hat danach noch einen Low-Blow von China abgekriegt, die dann wirklich auch hier als wirklich dominante Kraft dargestellt wird, im Anschluss gab es dann dieses erste Segment mit Al Snow und dem Big Bossman, wo Al Snow den Bossman darum bittet, dass er eben auch wirklich den Hund aushändigt und dass ihm da nichts angetan wird und keine Gewalt angetan wird, das finde ich ganz furchtbar übrigens, das ist wirklich eine der Story, die muss ich jetzt auch ganz kurz hier vorweg nehmen, weil ich will darüber nicht mehr reden, ich finde die absolut grauenvolle, wo dann der Bossman im späteren Verlauf der Show ja rauskommt und sagt, hier Al Snow, ich habe deinen Hund und den Hund auch im Arm hat und ich habe deinen Hund und komm jetzt raus und bring gefälligst deinen Gürtel mit und es ging um den Hardcore Championship damals und ja, ich finde die Geschichte ganz schlimm und ich finde es auch schlimm, dass hier ein Hund in der Show eingesetzt wird und es ging ja dann im Endeffekt so aus, dass der Big Bossman den armen Pepper, so hieß dieser Chihuahua, ja, dann zu Burgerfleisch verarbeitet hat und diesen Burger dann an Al Snow verfüttert hat, so sage ich es einfach mal. Ganz zumalne Storyline, den kennt man halt. Ich weiß nicht. Mella, Tiere und Wrestling sind eh immer so eine schwierige Sache, aber dann hier sowas auch noch zu machen, ich finde, das ist wirklich der feinste Wrestling-Trash, den wir hier haben. Ja, zum einen ist das wirklich absoluter Trash, also da kann ich nicht mal sagen, okay, das ist wenigstens irgendwo witzig, das ist halt einfach nur, ja, dumm, tut mir leid, plus mir hat das Tier so leid getan, also diese arme, kleine Chihuahua, der dann, glaube ich, auch noch so eine Art Maulkorb anhatte oder irgendein schwarzes Tape um den Mund und also, ich finde es, ich finde es, nein, ich finde es nicht mal mehr grenzwertig, ich finde es einfach nur falsch, Tiere mit zum Wrestling zu nehmen, weil die, also, die sind danach total verstört, also es ist laut, es sind viele Menschen, es ist sehr viel Licht, es ist sehr grell alles und zum einen weiß man nie, wie Tiere auf sowas reagieren, also im, in Anführungszeichen, besten Fall sind sie eingeschüchtert, aber es sind halt immer noch Tiere und, ne, also klar, der hatte jetzt einen Maulkorb oben, aber trotzdem, wenn der da in die Menge springt oder Sonstiges, das möchte man halt einfach nicht haben, plus, wie gesagt, man sollte das einem Tier einfach nicht antun, also ich muss dann auch immer direkt an AEW denken, an Cody Rhodes, Hund, Pharao, meine ich heißt er, der dann auch total verstört gewirkt hat und so gewirkt hat, als wollte er überall sein, nur nicht in diesem, in dieser Arena, in diesem Moment und, ne, also macht das bitte nicht, also weder als Fan noch als aktiver, lasst eure Tiere da aus dem Spiel, also ich hab, ich hab auch schon mal eine Promo aufgenommen mit meinem Kater, mit meinem dicken, dicken Kater, aber das war halt eine Promo bei mir zu Hause, mit einer ganz normalen Kamera und selbst währenddessen hat er mir in den Arm gebissen, möchte ich mal anmerken, aber man hat's nicht gesehen, er hat dann trotzdem brav da gelegen, aber so zum Live-Wrestling nehmen, macht das bitte nicht, lasst das einfach. Das muss nicht sein und in der Show ging's dann, ja, wir packen jetzt einfach mal diese Geschichte irgendwo in so einen Giftschrank rein und sprechen nie wieder drüber, außer, ich weiß nicht, vielleicht in irgendeinem ganz absurden Format, was wir vielleicht dann auf Patreon oder Steady machen, in der Show selbst ging's ja dann weiter mit Tag Team Action, da gab's ein Match direkt auch hier um die Titel, was auch, wie ich finde, wichtig ist, dass wir ja auch direkt Titelmatches am Start haben, nicht nur Main Events, sondern eben auch dann hier um die Tag Team Titels und da treffen ja dann X-Pac und Kane auf die Acolytes und Undertaker und Big Show, Undertaker und Big Show damals Champion, nicht mehr allzu lange, die sollten nämlich dann im Verlauf den Titel an die Rock-and-Sock-Connection verlieren. Das war cool. Ja, hier war's dann so, das war diese Zeit, wo der Undertaker Big Show beibringen wollte, wie er das Monster aus sich rausholt und der Undertaker hat sich ja dann auch erst mal an die Kommentare gesetzt und hat dann mitkommentiert und hat Big Show erst mal im Triple Threat hier allein gelassen, aber ich muss sagen, das hat schon gepasst. Ich mein, das war ein super kurzes Match, am Ende gibt's die Titelverteidigung, aber es war schon intensiv und vor allem, David, hier wurde auch die Storyline weiter vorangetragen. Genau das ist es. Erstmal muss man sagen, Undertaker am Mikrofon ungewohnt, aber so gut. Er hat den Job so gut gemacht. Selbst so eine Kleinigkeit wegen so, ja, hier guck mal, dein Bruder, mein Halbbruder, so ganz trocken. Ich fand das fantastisch gemacht. Ich fand es auch gut. Er hat ja nicht nur erst einmal Big Show allein gelassen, sondern das ganze Match. Er hat nix gemacht. Er hat einfach nur gesagt, nee, nee, der soll das schon alleine machen. Und hier halt wieder, wie du es halt richtig sagst, Storytelling. Man hat halt das Gefühl, dass, egal was passiert oder welche Matches, dass daraus irgendeine Folge entsteht. Also nicht einfach nur random-mäßig, wir packen euch zusammen, sondern nee, es ging wirklich darum, Big Show auch zu stärken, die Verbindung zu Undertaker. Genauso aber darum mit X-Pack und Kane, dass da ein Split eingeleitet wird oder halt das richtig ist ein Wankengerät, das Team. Das ist gut. Das will ich als Fan sehen. Ich möchte sehen, dass ein Match, egal welcher Art, eine Folge hat. Und das war bei dem der Fall, wobei ich sagen muss, der, war es ein Shokeslam am Ende? Ich würde es so nennen. Von Big Show. Ja. Das sah so wuchtig aus und so brutal. Das kann ein Vergleich mit dem Big Show, den wir halt heutzutage kennen. Uh, das war schon gut. Das wollte ich gerade mal ansprechen, weil in der Pilotfolge sieht man unter anderem den Dropkick von Big Show. Also das habe ich ganz vergessen, gerade zu erwähnen. Auch das sah super beeindruckend aus. Aber ja, man hat hier versucht, Big Show wirklich zum Monster zu machen. Das hat ganz ordentlich funktioniert. Also die Geschichte, auch wenn man da jetzt so einsteigt, man versteht das sofort. Und das ist auch was ganz Wichtiges, gerade für die neuen Zuschauer. Hier wurde sofort klar gemacht, wo man hin möchte, was die Hauptstorylines sind. Selbst wenn du jetzt per Zufall bei UPN einfach über SmackDown gestolpert bist, man hat, es war wie bei einer Soap, du hast alles sofort verstehen können und hat eben dann entsprechende Geschichten gehabt, die klar und nachvollziehbar gewesen sind. Man hat eben auch zugleich dann eben die Cliffhanger gelegt und damit meine ich nicht, Pepper in den Fleischwolf zu packen oder so. Jetzt kommst du drauf zurück. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber auch so absurd, da muss ich auch immer wieder drauf zurückkommen. Und dann haben wir ja im Anschluss auch das Debüt von Chris Jericho hier. Und auch da muss ich den David leider fragen. David, aber das Debüt hier gegen den Road Dog, damals ja ein ehemaliger DX-Member irgendwo als Babyface unterwegs. Ich fand, das war für Chris Jericho eher so ein schwieriger Start in seiner WWF-Karriere, oder? Ja, komplett. Du hast auch gemerkt, dass die Quart ein Problem hatte, ins Match zu kommen. Man hat es eigentlich von der Ansetzung her gut gemacht. Du nimmst halt ein Publikumsliebling, wo man mitfiebern kann. Und Chris Jericho, aber Chris Jericho hat halt noch nicht dieses Standing. Er wirkte auch auf mich, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger souverän. Da macht man einfach so. Also man hat halt schon gemerkt, da ist Aufregung. Man hat halt auch ihm angesehen, dass er gemerkt hat, die Crowd reagiert nicht. Also versucht er es halt irgendwie mit Handbewegung auf Sachen zu deuten und so. Das hat nicht so ganz funktioniert. Aber man hat zumindest das Match so enden lassen. Er hat halt den Tisch aufgestellt, dann am Ende den Roadblock durchgehämmert. Dadurch die Q-Verlust. Aber das war ihm vollkommen egal. Das war eine sehr bewusste Aktion, wo dir als Zuschauer zumindest schon mal erklärt wird, okay, er hat jetzt nicht einen Fehler unbewusst gemacht, sondern der ist schon intelligent. Und das zeichnet ihn halt vielleicht aus. Und er hat ja dann auch die Walls of Jericho angesetzt und halt nicht losgelassen, obwohl Ringglocke und all die Ringrichter kommen und so weiter. Ja, so kann man es machen. So kann es halt schon mal ein bisschen zeigen, wofür er steht. Aber es war jetzt nicht das beste Debüt. Allerdings muss ich sagen, was im Laufe der Sendung noch kam mit ihm, das fand ich schon gut. Das wollte ich gerade noch mal ganz kurz, ich erkläre es gerade noch mal ganz kurz, was da passiert ist. Weil das bezieht sich ja auch wieder auf Raw. Und da ging es ja dann auch eben darum, dass da schon Howard Finkel hier in die Geschichte mit einbezogen worden ist. Und Howard Finkel hat ja dann im Nachgang hier den Roadblock attackiert, beziehungsweise hat Jericho ein Getränk gereicht. Und dann im Endeffekt hat es der Roadblock ins Gesicht bekommen. Und ich muss natürlich direkt daran denken, dass Howard Finkel jetzt hier der neue Ralfus sein sollte für Y2J. Und Y2J hat ja dann auch im Nachgang einen aufbauenden, ich sag mal, Pep-Talk für Howard Finkel vom Stapel gelassen, weil Howard Finkel ja durch Toni Schimmel abgelöst worden ist. Und Mella, war das witzig oder war das einfach schon ein bisschen trashig? Oder war das Jericho? Ich war sehr irritiert. Denn ich kannte diese Story zwischen Jericho und Howard Finkel gar nicht. Und war dann wirklich verwirrt, als es eben diesen Pep-Talk gab und Howard Finkel zum Ring marschiert ist, zur Musik vom Ultimate Warrior. Geil, super geil. Sich erst mal selbst gefeiert hat. Vor allen Dingen, es hat echt einen Moment gebraucht, bis sich realisiert hat, das ist die Musik vom Ultimate Warrior. Und der dann ja Toni Schimmel anmacht und ihn sogar zu Boden schubt. Und es im Prinzip diesen, nennt man es dann überhaupt noch Catfight? Oder ist es ein Tom-Catfight? Ich weiß es nicht. Aber diese Prügelei zwischen den beiden gibt. Und es ist einfach nur absurd gewesen. Und ich habe auch nicht so wirklich verstanden, was das sollte. Also ich saß wirklich einfach nur irritiert vor dem Fernseher. Und es wurde auch nicht besser im Verlauf. Nicht so wirklich. Nein, was? Hört mal auf. Okay. Also, Entschuldigung. Die Story mit Howard Finkel, das war pure Skull. Das war auch vor allen Dingen, das ist Jericho's Stärke. Jericho, so nervös er ist, aber Charisma hat er halt bis zum Deckel. Und das war so gut. Es zog sich vor allen Dingen durch die Sendung. Du hast halt erst mal diesen Eingriff mit dem Getränk. Was halt schon so surreal aussieht, dass er ihnen das halt nicht reicht, sondern an die Lippen führen möchte. Und okay, das funktioniert nicht. So ein Match ist vorbei. Ken Shamwalk kommt raus. Und das fand ich übrigens super entlegendes Booking. Rammt halt Jericho an. Und Jericho ist halt derjenige, der die ganze Zeit auf Howard Finkel einredet. Komm, komm, du bist doch ein Krieger. Du bist doch ein Krieger. Und dann rennt halt Howard Finkel total ängstlich. Aber er soll's ja machen zu Shamwalk. Also du, du, du. Während ein Share-Shot dann auf Jericho kommt. Alles klar, so kannst du eine Fede einleiten. So, beide flüchten. Das reicht dann nicht. Nein, das reicht nicht. Es gibt noch Backstage-Segmente, wo du einfach Howard Finkel mit Jericho hast. Wo es dann so cool ist. Erst mal pusht er ihn, pusht er ihn. Howard Finkel ist voll im Redeschwein. Also, ey, lass mich ausreden. Und dann einfach dieses Finger runterhalten. Überzeuglich, er ist ja ein Bösewicht. Jericho ist ein Heel, aber er bringt dich zum Lachen. Und ich find, das hat einfach super funktioniert. Dann schickt er halt Howard Finkel nach draußen. Komm, hol es dir, hol es dir wieder zurück. Du bist der Beste, du bist der Beste. Und dann wieder rausrennt zur Musik von Woja. Du siehst einfach, dass der schon durch die Aktion vorher komplett aus der Luft ist. Kommt er da an, macht einen auf Woja. Dann kommt erst mal so von ihm, ja, er bauscht sich auf, nimmt das Mikrofon, schubst ihn beiseite. Yo, das ist sein Moment. Aber nein, er kriegt dann auch noch einen drübergezogen, landet auf dem Boden. Jericho kommt wieder raus. Und ich fand das so gut. Und selbst das Ende, ich mein, das ist dann so großartig. Du siehst dann halt einen Ken Shamrock, der Jericho sucht. Und Howard Finkel steht am Auto, das geschlossen ist, wo Jericho drin sitzt. Ey, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Und der fährt einfach los. Ken Shamrock nimmt ihn. Und das ist wirklich, ich find das großartiges Booking. Weil das ist unterhaltsam, es ist lustig, es ist leichte Kost. Aber zeitgleich, mit so einer Banalität hast du eine Fede aufgebaut zwischen Shamrock und Jericho. Das ist super. Ich lass mich einfach mal mit Davids Begeisterung alleine. Glaub ich. Man muss auch mal Spaß bei West Wing haben. Ich hab da auch Spaß bei. Es ist vergleichbar mit heutigen Storylines. So eine banale, idiotische Storyline wird aber dafür logischer innerhalb einer Sendung erzählt, als heutzutage die meisten Main-Event-Fäden. Da ist echt was passiert im Laufe der Sendung. Ja. Und das Nächste, was hier passiert ist, war ja dann auch die Geschichte mit dem Hochzeits-, dem Heiratsantrag zwischen Test und Stephanie McMahon. Auch das hat man ja schon im Vorfeld aufgebaut gehabt. Man hat auch gesehen, wie Steph hier in der Arena ankommt und sie den guten Test so ein bisschen stehen lässt erstmal und keine Antwort gibt. Ja, und dann sind wir hier im Ringmeller und wir haben darüber ja auch schon sehr ausführlich gesprochen. Aber natürlich soll es ja dann auch nicht so sein, dass dieser Antrag hier, der dann ja angenommen wird, und es wird geknutscht und natürlich müssen dann Shane McMahon und die Mean-Street-Posse hier wieder auftauchen und da der ganzen Geschichte einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, natürlich. Denn Shane ist ja trotz allem immer noch gegen diese Verbindung. Aber es gibt endlich den Kniefall. Sie sagt, ja, es könnte so schön sein, aber nein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen, stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch tatsächlich. Aber ich meine, Mankind kommt doch jetzt direkt zur Hilfe. Genau. Und zur Unterstützung. Und dann gibt es ja auch quasi direkt im Anschluss dadurch das Match Shane gegen Mankind, weil der einfach sagt, ja komm, warum warten wir denn noch? Lass doch jetzt catchen. Er sagt ja vor allen Dingen, ich bin schon zweimal die Rechnung abend runtergekommen. Ein drittes Mal mach ich nicht. Jetzt machen wir das Match und ich fand die Aussage so cool. Und was du schon sagst, mein Mankind kommt raus und auch wieder das, das fühlt sich ja organisch an. Alles ist so ineinander verwebt. Du hast so ein bisschen dieses Anarchie-Feeling. Ich meine, erst mal okay, dann hast du den Heiratsantrag und ja, geknutscht. Da freut man sich. Und dann wie im echten Leben kommen halt die Brüder raus, die Jungs, alle kloppen einfach mal drauf auf den Typen. Passt, kann man machen. Dann kommt Mankind, macht den safe. Und dann gibt's halt auch noch dieses Match mit Big Names. Und es fühlt sich halt ... Ja, ich mag diesen Anarchie-Faktor dabei total gerne. Aber trotzdem wirkt es sich ja nicht so künstlich aufgebaut, sondern ja, passt, das ist doch grad logisch. Wenn man mir in Kattacke hat Bock, das dritte Mal hochzugehen, dann machen wir das doch mal. Wobei ich auch noch mal ... Ich muss noch mal ganz kurz zum Anfang von der Show springen. Nämlich bei der Promo von Triple H, wo dann The Rock rauskommt. Und dann eben auch noch Mankind. Und das war auch fantastisch. Also The Rock hält ja diese Promo mit, keine Ahnung, wie teuer der Slipper hier war. Und sein Hemd und keine Ahnung. Und Mankind kommt einfach dazu und meint so hier so, ja, mein Hemd, das ich von der Wohlfahrt bekommen hab. Meine Krawatte, die ich von WWE geschenkt oder WWF beziehungsweise geschenkt bekommen habe. Das kommt mir jetzt grad noch mal in den Sinn. Das war einfach so fantastisch. Muss ich jetzt auch noch grad mal herausstellen. Und auch, dass er da ... Er sagt ja dann irgendwie so was, ja, hier, dieses ganze Scratching and irgendwas, was er dann sagt, das macht mich ein bisschen begeistert irgendwo. Was ja auch so ... Diese unbeholfene Sexualität, die da ja bei Mankind auch immer so ein bisschen und Mick Foley da so ein bisschen mitspielt, das war da auch noch so ein bisschen mit drin. Also, fand ich auch super, super witzig. Und Mankind lässt ja Shane McMahon hier in dem Augenblick auch den ersten Schlag mit dem Stuhl dann auch durchgehen quasi. Und auch da sagt er ja, weil die ganze Mean Street Posse liegt ja da am Boden und ist K.O. Und da sagt er so, ja, du kannst dir jetzt überlegen, du kriegst den ersten Schlag. Ich glaub, ich leg mich hier einfach zu meinen Freunden. Und die lagen halt da alle rum. Und dann kassiert er eben den ersten Schlag. Es ist ja auch kein richtiges Match, was dann da am Ende rauskommt, sondern es ist ja dann auch wieder ein Durcheinander, weil dann Chyna und Triple H eingreifen. Aber das führt eben dazu, dass das alles so ineinander übergeht. Der Fluss ist auf jeden Fall da. Was halt für mich dann komplett out of place gewirkt hat, war das Evening-Gown-Match zwischen Ivory und Tori. Oh, Jerry Lawler. Da können wir uns, glaub ich, alle drauf einigen, dass dieses Papi, Papis, Papis und von einem Typen, der halt so viel älter ist als die Mädels, der im Ringen, das ist so eklig. Auch wenn er jünger wäre, wäre es eklig. Ja. Aber das macht es halt nochmals ekliger. Also das ist halt wirklich so dieser geifende alte Sackwürgung. Oh ja, Papis, Papis. Denkst du, nein, nennen das doch nicht Papis, du Spacko. Ja, das war halt wirklich so dieses klassische Pinkelpausen-Cooldown-Match vor Main Event. Also anders kann ich es auch wirklich nicht bezeichnen. Und das macht mich immer so ein bisschen traurig, wenn ich sowas sehe. Gerade als Aktive. So zurecht. Es war ja auch kein Wrestling. Da wurde mehr am Boden rumgerollt und geschrien und sich irgendwie an Klamotten gerissen als alles andere. Es war furchtbar. Das ist wirklich genauso wie die Storyline mit Pepper und so. Das fällt für mich beides in die absolute Dunkelzone von der Attitude-Era, die man am besten ausblendet, aber die man irgendwie dann auch teilweise nicht herumkommt. Aber das war wirklich nicht schön. Und deswegen kommen wir zu schöneren Sachen. Der Main Event, ich habe es ja angesprochen, hier mit Triple H, dem Champion, gegen The Rock und eben mit Shawn Michaels als Guest-Referee. Ja, und David, also matchtechnisch war das hier schon sehr ordentlich, was die beiden geliefert haben. Plus wir haben natürlich auch noch Shane McMahon irgendwo am Ring. Und das ganze Ding endet ja dann, dass man fast das Gefühl hat, mein Gott, hier gibt es direkt wieder den Titelwechsel. The Rock wird wieder Champion. Das wollte man ja damals sehen. Es gibt den Rock Bottom. Es soll den People's Elbow geben. Zuvor wurde Shane McMahon abgefertigt. Und dann im Anlauf zum People's Elbow gibt es den perfekt getimten Superkick von Shawn Michaels. Und am Ende, ja, halten dann hier die alten, die Ex-Kumpanen dann doch wieder zusammen. Und ja, The Rock ist am Boden und verliert das Ding. Ich fand das allein für diesen Moment, fand ich das mega cool. Also, wenn du Serienfan bist, dann liebst du ja großen Cliffhanger, wo du einfach sagst von denen so, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Und erst einmal, du hast ein Main-Event, der sich halt nicht nur wie ein Main-Event anfühlt, sondern eigentlich ein Pay-Per-View-Format hat. Also komplett von der Konstellation her. Dann die Umsetzung. Es war jetzt nicht das spektakulärste Match, aber das hat halt einfach gute Storytelling. Immer wieder, dass halt The Rock eigentlich einen Pin hätte kriegen müssen. Aber genau in dem Moment war Shane aus irgendeinem Grund abgelenkt. Und zwar mehrfach. Fand ich gut. Und dann kam halt wirklich dieser ... Sean, Entschuldigung. Sean abgelenkt war, genau in diesem Moment jeweils. Passt alles für mich. Er hat ja auch Shiner weggeschickt, wo du einfach denkst, okay, der zieht das halt wirklich durch. Der nimmt das ernst. Passt. Läuft. Sean kommt raus zu Sean. Ach du meine Güte, was für Namen. Warum können die nicht Klaus oder Gustav heißen? Das find ich besser. Aber auf jeden Fall, Match, super. Wie du schon sagst, dann kommt halt diese Endphase, wo du das Gefühl hast, alles klar, wow, hier kann echt ein Titelwechsel passieren, weil in dieser Show ja eh schon so viel passiert ist. Es fühlt sich ja eh alles so anarchisch an. Boah, ich kann nicht mehr reden. Danke. Und dann kommt diese Sweet Shing Music, die so gut aussah. So unfassbar gut und aus dem Nix. Da immer mal Lob an die Kameraleute und die Regie. Du hast diesen Kick nicht kommen sehen. Und er ändert auf einmal alles. Und das ist halt wie so ein bisschen Game of Songs Wedding, wo du einfach, du siehst das nicht kommen. Und dann kommt dieser große Schocker. Und man blendet aus. Und du sitzt dann da als Zuschauer und denkst einfach nur so, nein, doch nicht jetzt. Ich will wissen, was passiert denn jetzt noch. Super. Also besser kannst du die erste Folge doch nicht beenden lassen, als mit so einem gigantischen Cliffhanger von so großen Namen. Meila, wie siehst du das? Ja, ich kann da eigentlich relativ wenig hinzufügen. Ja, es war eine Pay-Per-View-würdige Ansetzung. Was mich sehr fasziniert hat, ist, was David auch schon gesagt hat, es ist ja jetzt nicht mega viel im Match passiert. Aber die Ausführung und das Timing war einfach so gut, dass man trotzdem drin war. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, was für große Bewegungen The Rock macht. Ich meine, der macht jetzt keine fancy Sachen. Ich meine, der hat als einer seiner Trademarks ein Elbow. Ich meine, gut, Hogan hatte als Finisher einen Legjob. Aber ich ... Hat Nia Jax auch. Dieser Mann ist ... Schön groß an die Wirbelsäule. Oh, ich möchte bitte nicht über Nia Jax reden. Danke. Boah, ich genau ... The Rock. Man merkt einfach, was das für eine Charisma-Bombe ist. Und wie gesagt, was der für große Bewegungen macht. Der wirkt einfach alles in allem larger than life. Und das ist großartig. Und ich möchte allerdings mal ganz kurz noch auf das Outfit von HBK zu sprechen kommen. Weil ich war davon permanent auch leider abgelehnt. Ich weiß, das ist ... Also jetzt kommt wieder so, Frauen achten aufs Outfit. Nee, ich war so irritiert von diesem zusammengeknoteten Top der Radlerhose und diese ... Ich weiß gar nicht, waren das kurze Wrestling-Boots? Was zur Hölle. Aber das Match war gut. Der Hintern nicht, aber das Match war gut. Moment, vom Hintern habe ich nichts gesagt. Ja, ich sag mal so, es passt ja zum HBK in der Zeit. Ja, klar. Da war ja einfach einer, der sich nicht an diese Normen gehalten hat. Wobei, damals er war Commissioner. Ja, das ja, aber ... Die Ex-Zeit raus. Aber es war ja nicht der Commissioner, der ist mega, der seriös ist, der schlechthin ist. Bestimmt, ja. Also, das passt schon. Wobei, er hatte am Anfang einen Sakko an, ein langes. Das stimmt. Ja, aber Sakko heißt nicht seriös. Ich meine, wenn du in die Bank gehst, haben die auch einen Sakko an und die sind nicht seriös hier übrigens. Also, das geht schon. Nein, ich ... Denk mal einfach, man hat's auch so ein bisschen machen müssen, damit er halt ... Dass man ihn nicht direkt ansieht, alles klar. Er kann in ein Match eingreifen, aber trotzdem hat er genug Bewegungsfreiheit, um halt diesen Kick zu machen. Oh Gott sei Dank. Ja, aber er hätte doch wenigstens ein Ref-Shirt anziehen können. Das ist doch uncool. Er hat ja auch hinten irgendwie eine Nummer draufstehen. Ja, da stand eine Telefonnummer drauf. Er hat ja beim Gang zum Ring auch gezeigt. Okay, darauf hab ich gar nicht geachtet. Muss ich noch mal angucken. Vielleicht war es deine Handynummer. Vielleicht. Vielleicht. Ruf mal an. Einfach mal anrufen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Aber damit geht dann halt hier eben auch die Show off-air. Und man kann ja vielleicht den Vorwurf machen, dass es ein bisschen überladen gewesen ist. Also, sehr viel passiert. Es ist sehr hektisch. Genauso wie im Intro. Also, beim Intro, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, muss ich sagen. Da hab ich ja immer das Gefühl gehabt, ich krieg einen epileptischen Anfall, weil du innerhalb von 30 Sekunden 400 Schnitte hintereinander hast. Wieso hat man das früher gemacht? Ja, ich weiß. Damals war ich aber auch noch jünger und konnte das alles verarbeiten. Heutzutage muss ich mir das in halber Geschwindigkeit anschauen, damit ich alles sehen kann. Der zuckende Olaf. Genau. Ich hatte immer das Problem, dass ich im Hinterkopf diese Bocce-Mania-Clips im Kopf hatte. Hier dieses Minus Five Stars. Ja. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Oder hier ist keine Bicycle. Ich glaub, das ist die Roads, war das. Das hat mich irre gemacht. Jesus. Aber ja auch. Ja. Genau das. Aber ja, auch diese Schnitte. Boah. Das war schon ein harter Tobak. Aber jetzt mal kurz. Kann ich mal, Olaf, mal richtig einen um die Ohren hauen. Ich fand das fantastisch, dass so viel passiert ist. Dass jetzt, wenn du das analysieren willst, okay, schwierig. Aber jetzt stell dir einfach vor, du bist, was ich, 18, 19, 20, 21, die Zielgruppe, sitzt vorm Fernseher, ist eh die Generation Fun-Punk, na, na, na. Du sitzt da, machst die alte Glotze an und hast dann einfach mal zwei Stunden lang das pure Chaos, komm, wenn die alles passiert, das ist doch genau das, was du dem Alter willst. Du willst die pure Anarchie haben. Und trotzdem sind das Geschichten. Ich find's auch, dass man das, was man hier erreichen wollte, das ist ja auch von vorneweg gesagt worden, dass man hier mit einer jungen, männlichen Zielgruppe erreicht haben möchte. Hast du ja alles gehabt. Du hattest auch eine Prise Sex mit dabei, du hattest Gewalt mit dabei. Ja! Die großen Namen mit dabei. Das ist doch genau das, was man damals sehen wollte. Da kann man jetzt ja gar nichts drüber sagen. Also, das war ein Produkt, was auf die Zielgruppe nahezu perfekt ausgerichtet gewesen ist. Klar, es war auch viel Trash dabei, gerade aus heutiger Sicht natürlich. Aber damals hast du auch gedacht, gut, dann nehm ich das irgendwie jetzt noch mal mit. Ist eine Mitgrad fehlt, damit kann ich gerade noch leben, oder, Mella? Also, ich fand's auch super, dass so viel passiert ist und dass auch so viel Absurdes passiert ist. Gerade auch, wie gesagt, das Maß an Starpower, was die da geboten haben. Also, ich werd das, denke ich, jetzt so weitergucken. Wenn ich mit WWEs Version von ECW durch bin. Und ja, ich bin ein bisschen masochistisch veranlagt. Oh, weah. Ja, gut, du bist mit Kevin Roadster zusammen, ne? Ja, richtig. Ja, eigentlich guckt auch er eher. Also, ich guck halt mit. Aber es ist schon, puh. Es ist anstrengend teilweise. Aber das hier fand ich zum Beispiel nicht anstrengend. Also, ich war jetzt danach nicht erschöpft oder so. Und obwohl ich jetzt auch ein alter Knacker bin. Ich gebe zu, das ist es halt natürlich, früher war alles besser. Aber wenn ich halt das vergleiche mit den aktuellen Weeklys, obwohl mir Spectrum gefällt, aber ich würde mir wünschen, mal wieder so eine Folge zu haben, wo ich einfach nur danach denke, wow, ich muss einschalten nächstes Mal, weil da passiert so viel. Und ich hab so viel, vor allen Dingen Spaß. Weil Westin kann auch mal Spaß machen. Und das ist halt für mich ein bisschen diese erste Smackdown-Show. Ja, mein Gott, nehme ich alles zu ernst. Aber solange es eine Logik hat und ineinander verwoben ist, ja, mein Gott, zurücklehnen, Pizza, happy. Ja, sehe ich auch so. Also, ich hatte auch echt eine gute Zeit damit. Es geht schnell vorbei, weil auch eben, weil so viel passiert, du hast eigentlich gar keine Zeit groß, über irgendwelche Dinge nachzudenken. Weil im Zweifelsfall, wenn du einen Gedanken an die eine Sache verschwendest und sagst, vielleicht war es ja nicht so gut, dann passiert irgendwas anderes, was dich vielleicht schon wieder abholt. Du hast unheimlich schnelle Wechsel hier drin. Und das ist schon eine Hausnummer gewesen. Und entsprechend wurde das ja eben auch geschaut. Das hat ein gutes Vierer-Rating gezogen. Das war damals auch Erstklassik zu der Zeit. Also, das hat sich hier wirklich nichts getan mit Raw irgendwo. Und das ist schon eine große Nummer. Stimmt gar nicht. Es hat eine 5,7 gezogen mit 5,74 Millionen, ja, Homes quasi, die es damals erreicht hat. Davon kannst du heute nur träumen, ne? Ja, eben. Aber gut, heute hast du noch YouTube mit dabei und so. Aber das ist schon für so eine Debüt-Episode ist das schon mehr als ordentlich und hat dann ja im Endeffekt auch den Weg hier vorgegeben. Also, gerade in der Anfangsphase war es absolut wichtig, dass man SmackDown hier hat. David. Entschuldigung wieder fürs Dazwischenreden, mal wieder. Wir kennen uns ja. Eine Sache wurde dadurch auch eingeleitet, ob Zufall oder nicht. Aber der Main-Event war halt Triple H gegen The Walk. Und SmackDown war halt einfach ... Dann irgendwann wurde es zu The Walk-Show. Ja. Und ich finde, das ist halt, wie gesagt, Absicht oder nicht. Wenn es Absicht war, ist das verdammt gut geplant. Und wenn nicht, war es einfach der perfekte Zufall, weil wirklich das wichtige Gesicht des Brandens war halt schon in der ersten Show im Main-Event. Ja, The Rock war ja damals der dominante Charakter. SmackDown war sein Spruch, ne? Lay it, smack it down, bla, bla, bla. Das war natürlich geplant. Und da hat man natürlich dann auch gedacht, dann packen wir den mit vorne drauf. Weil man wusste, dass der der größte Star derzeit ist, einfach im gesamten Produkt. Er ist der, wegen dem die Leute einschalten. Und den man dann ja auch in der Folge nicht mehr so mega viele Jahre irgendwie zu sehen bekommen hat, wenn man ehrlich ist. Aber ich finde, da hat man hier wirklich sehr vieles richtig gemacht mit dieser Show. Und Thunder sah dagegen wirklich alt aus. Das kann ich wirklich auch sagen. Ich hab damals beide Shows geschaut. Und ich weiß, dass Thunder dann gerade in dieser Zeit merklich, merklich schlechter gewesen ist. Und man da auch eher ungerne eingeschaltet hat, während man bei SmackDown wirklich dann gerne dabei gewesen ist. Und das war ein guter Start. Und ja, Mella, wie war es nochmal für dich, zurückzureisen in die Anfangszeiten von SmackDown? Wirklich auch diese Entstehung von SmackDown nochmal nachzuverfolgen? Ja, wie gesagt, ich hab ja leider die Attitude-Error nur rückblickend mitbekommen. Und dementsprechend war das schon echt cool, so eine kleine Zeitreise zu machen und so die Anfänge von SmackDown zu sehen. Und auch, ja, Stars wie HBK nochmal in jüngeren Jahren zu sehen. Oder auch Triple H, The Rock, Austin. Wie gesagt, die Show war ja pickepacke voll. Und ja, also ich bereue es jetzt so ein bisschen, damals kein Wrestling geguckt zu haben. Weil ich hab ja so Anfang, Mitte der 90er geschaut und dann wieder Anfang der 2000er, 2004, wieder angefangen. Und es ist schon echt schade. Aber ich glaube, ich war einfach zu der Zeit im falschen Alter. Aber das Schöne ist, es gibt ja das Network und ich kann mir das jetzt alles schön im Nachhinein gönnen. Und ich weiß, dass David auch so jemand ist, der gerne sich nochmal die alten Shows anschaut. Ja, auf jeden Fall. Ich hab jetzt auch wirklich überlegt, so, hm, sag ich mal, die nächste Folge nach anschauen. Aber für mich als alter Mann war das Schönste eigentlich, dass ich mich jung gefühlt hatte. Also ich kam mir grad ein bisschen zurückversetzt vor, wie in die alte Zeit Baggy-Hose anschließende Runde Tony Hawk spielen, während irgendwie Fun-Punk läuft. Ja, also ich sag mal so, ich hab mal wieder diese Leichtigkeit beim Gucken gehabt. Ich glaub, das trifft es am ehesten, wo ich halt wirklich einfach merke, ja, ihr holt mich ab, ich muss nicht viel nachdenken. Und ich hab danach Spaß gehabt. Passt. Boah, das kann ich aber absolut bestätigen. Auch diese Leichtigkeit. Das trifft es sehr, sehr gut. Das ging mir ähnlich. So ist das. Und wenn ihr da draußen Zeit habt, schaut da natürlich dann gerne mal rein. Und schreibt uns auch gerne, was wir, was ihr mit SmackDown verbindet. Ob ihr spezielle Erinnerungen vielleicht auch an diese Anfangszeiten von SmackDown habt. Gerade auch mit den großen Stars, die wir da gehabt haben. Und ich find's auch super spannend, einmal zu sehen, wie diese Brand dann auch erwachsen ist. Was ist daraus geworden? Wie war natürlich damals das Bühnen-Set und so weiter und so fort? Auch sich da noch so mal vor Augen zu führen, welchen Weg die Show irgendwo gegangen ist. Wir haben auch schon einen Podcast mal gemacht mit den 20 Jahren SmackDown. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Haben wir damals auch drüber gesprochen, wie sich die Show entwickelt hat, wie sich das Bühnenbild entwickelt hat, welche Talents da große Rollen gespielt haben. Und hier zu Beginn hat man wirklich die ganz schweren Geschütze aufgefahren. Und ich glaub, damit sind wir eigentlich jetzt mit dem Hauptthema durch. Fragen beantworten wir beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Wochenend-Podcast. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Wir sind jetzt ja zwischen so viel Podcast. Wir wollen euch da nicht überfluten mit den langen Episoden. Deswegen frag ich das mal. Mella, möchtest du noch was zum Abschluss hier sagen? Ich bin für heute eigentlich gut durch, muss ich sagen. Okay. David, möchtest du noch was sagen? Ich mag J.R.O.G. lauter nicht. Okay. Warum auch nicht? Das ist mein Statement. Genau. Ich verweise an der Stelle wie immer auf unser Angebot bei Patreon in Steady. Da haben wir zuletzt einen wunderbaren Breakout-Podcast über MJF gemacht. Wir haben auch das Magazin wieder am Start. Wir werden jetzt in den kommenden Wochen auch über AW Double or Nothing natürlich berichten. Da gibt es dann die Preview. unter anderem No Holds Barth geht nächste Woche weiter. Wir werden auch in den kommenden Wochen dann auch wieder Head-to-Head aufnehmen. Also da gibt es dann auch wieder was zu hören. Und ganz, ganz vieles mehr. Schaut da gerne vorbei und denkt in unser Tippspiel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und in dem Sinne sage ich an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs Dabeisein. Und hört euch am Montagabend die Review zu WWE WrestleMania Backlash an. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Headlock Der Pro Wrestling Podcast